Habe die Ehre und herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten Video der One Week on Ice. Und heute habe ich mir auch was ganz bestimmtes überlegt. Nämlich habe ich ja damals mit meinem guten Kollegen Space Zuschaueraufgaben erledigt quasi. Und heute gibt es die Fortsetzung. Ich werde eure Aufgaben, die ihr mir ja das letzte Mal in die Kommentare geschrieben habt, erledigen. Ihr könnt auch gerne wieder unter diesem Video Kommentare vorschlagen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Challenge an. Du darfst dich nur mit TNT von Insel zu Insel boosten. Okay, dann werden Zumi, Filmskip, Braemus und ich das auf uns nehmen. Und damit würde ich sagen, let's go. Und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Braemus, Filmskip und Zumi. Okay, Burschen, kickt's ein bisschen Ars. Mach mal, mach mal, das geht's. Jetzt, Conno, lo, lo, lo. Filmskip ist der einzige, der Sensen, man kit genommen hat. Das was dann auch mal wiederkommt. Jungs, ich bin ehrlich zu euch. Ich wollte das hier eigentlich ganz normal machen, diese Challenge. Nur, ich muss die leider abbrechen. Weil mir ist aufgefallen, wir haben in der Aufnahme zu viel über private Dinge geredet, weshalb ich alles rausschneiden muss. Und es ist eigentlich nur das hier passiert. Ich weiß ja, was steht hier wieder afghaner gegen Gruppe. Was geht? Ey, ich bin so gut ausgerissen, ey, damit können wir viel anfangen. Aber in meinem Spiel weiß, wird's ein bisschen schwierig. Wir spielen in der Sache. Na, nein. Meistergamer. Aber am Nies soll es liegen, ey. Das lassen wir, lass ihn mal runterspielen. Ich lass ihn hier ruhen. Ich spiele ihn runter. Ich glaube, ich glaube, ich... Ich werde angerufen. Aber dann würde ich sagen, hier mal die erste richtig gute Runde. Oder die einzige. Also, Jungs, wir sind jetzt hier in der ersten Runde. Was? Die erste Runde? Ich denke, ich habe schon 11.000 Runden davor schon aufgenommen. Jetzt auf einmal ist es die erste. Und wir machen die Only MLG Challenge. Okay, Jungs, ab jetzt nur noch MLGs von Insel zu Insel machen. Den einen kriege ich. Okay, ich habe den. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum seid ihr denn? Hallo, ihr haut immer direkt ab. Ich ja, nimm den Weg her. Den Weg darf man ja benutzen, nur... Ich würde sagen, mich, ich würde sagen, mich, weil... Ich weiß, ich springt. Ich komme, ich komme, wir müssen uns in den Außen... Ich komme rüber. Ich will, ich hätte die... Pass auf, da kommen welche müssen. Wir müssen uns zum Außenring springen. Das ist so ein Riesenboost für die kleine Distanz. Ja, ja. Ja, warum denn nicht? Hallo? Hä, was macht weiß der Gamer denn? Achso, welche? Ich war so ungeschickt und habe hier... Eine Kursrunde aber nur in ASMR. Okay, das sollte ja wohl kein Problem sein, oder? ISMR-Blockplatz, diese... Pssst, die haste diese dunklen Maps, diese... Oh Gott, das ist eine Anspielung auf seiner Hauptfarbe. Nein, ey, mein Autismus, der kickt. Zuhat... ASMR-XP-Bottles. Oh, warte, ich freue mich, ich helfe dir. Scheiße, Jungs. ASMR-XP-Bottles. Nein! Bastard, hören wir rum zu schreien. Filmscube, wo bist du? Filmscube. Filmscube. Keiner hört, was du sagst. Ich gehe aus dem anderen rum, wieder raus und wieder rein. Filmscube, keiner hört dich. Warte. Ich helfe dir, mein Säge noch mal ab. Brumme, ich leide, du Sau. Filmscube, wenn du gerade redest, keiner hört dich. Meine Warte. Ich habe den Kuglerchen. Drei, zwei, drei. Ja. Oh, holy shit. Junge Filmscube, geh aus dem beschissenen Anruf raus und wieder rein. Okay, 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 okay. Ich bin gut dabei, ich bin gut dabei. Ich gehe direkt drüber, Jungs. Oida, was macht Filmscube? Pushen. Hüfts mal. HALT! Oh, mir hat mir gefallen. Das war kein Füß, dann du Sau. Das war lauter, lauter Füß. Lass den wandeln mir auch. Die haben einen Full-Dier. Jungs, ich habe den Full-Dier. Filmscube. Scheiße, Filmscube. 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 Ich bin eher kloger. Scheiße, Jungs, die kommen gerade auf der rechten Seite. Shooter walked away. Scheiße, ich bin da. Okay, Jungs, 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 jetzt wird es kritisch. Scheiße, Rettung. Rettung. Oh, Jujujujo. Oh, mein Gott, das war es einfach. Mann, ich muss mich nicht gefallen. Mann. I shot her walked away. Als erstes redet er die ganze Zeit. So checkt nicht, dass ihn keiner hört. Und auf einmal amüsert er sich. Hör beide, hör beide. Zumindest kommt noch einer. Ja. 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 Challenge. Du darfst eine ganze Runde nicht atmen. Okay, Jungs. Das wird gemacht. Jungs, damit ich die Challenge schaffe, könnt ihr bitte einfach runterspringen. Wenn ich dann die Luft anhalte. Ja, ja. Jo, Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Luft anhalten Challenge. Heute mit Sumi, Rames und Filmscube. Sagt mal, halt perfekt. Hallihallo, mein Lieben. Okay, nein. Ich bin hier gerade in einer Runde Luft anhalten. Nach der Schutzzeit beginnt das natürlich an dich, Erfa. Ich würde sagen, wir bauen uns schon mal in die Mitte, weil die Runde wäre für jeden Fall schwer. Wenn ich jetzt die Luft anhalten muss, muss ich schnell hier rasieren jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, halte ich die Luft an in 3, 2, 1. Jungs, damit ich die Challenge schaffe, könnt ihr bitte einfach runterspringen so. Und ja, hier habe ich die Tomate dreimal aufs Bein. Hey, nicht wieder so eine Sche... Okay, Jungs, wir befinden uns hier gefühlt nach einem Jahr wieder. Und ja, hier habe ich die Tomate. Besser gesagt, Paradeiser, weil Tomaten kenne ich nicht. Und die darf ich mir jetzt hier wunderschön aufs Bein klatschen. Ey, ich liebe dich wirklich. Kuss geht raus an dich, mein Lieber. Das, finde ich, zählt schon. Du hast doch gehofft, die zerplatzt jetzt, aber kannst du nicht mal richtig fehl am Arsch lecken. Omegle Tiffer und ihr sagt Rames, was er sagen soll. Ja, und das haben wir auch gemacht. Nur nicht in diesem Video. Heute hat Rames ein Video dazu hochgeladen, wo wir ein bisschen ihm Aufgaben geben konnten. Also schaut da gerne vorbei und schaut natürlich bei den anderen der One Week on Ice vorbei. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, damit kann ich eigentlich nur noch sagen, schaut die Videos der anderen. Gönnt euch Rames, weil dort haben wir die Aufgabe gemacht. Und damit würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.